Kunst am Bau, das war einmal. Specht am Bau, das ist der neue Trend. Ich würde mal so sagen, im letzten Jahr haben wir um die 1000 Löcher hier in Berlin geschlossen. Den Specht hatte bei der Fassadendämmung niemand auf der Rechnung. Dabei kann er richtig teuer werden. Im vergangenen Jahr hatten wir rund 20.000, 25.000 Euro, die wir insgesamt am Bestand nur für Spechtlöcher schließen, aufwenden mussten. Deutschland will sanieren, Häuser einpacken, Dächer dämmen, Fenster dicht machen. 80 Prozent weniger Energieverbrauch in Gebäuden bis 2050, das ist das Ziel. Die Folgen tragen Mieter und Hausbesitzer. Ist nicht besser, ist nicht schöner geworden. Wir haben überhaupt keine Vorteile davon gehabt, nur dass wir viel Geld dafür gezahlt haben. Eines ist sicher, die energetische Sanierung ist ein gigantisches Geschäft für Energieberater, Architekten, Handwerker und die Industrie. Ja, also so ein bisschen Geldschneiderei ist da sicherlich überall auch dabei. Wir alle sollen Gutes tun für die Umwelt und für den eigenen Geldbeutel. Wir sollen unsere Häuser dämmen und sanieren. Aber wie sinnvoll ist das Ganze eigentlich? In dieser Wohneinheit wurden bereits 223 Wohneinheiten saniert. Streng nach aktueller Energieeinsparverordnung. Wichtigste Maßnahme? Ein Wärmedämmverbundsystem auf der Außenfassade. Man hört es am typischen Ploppen. Massiv geht irgendwie anders. Ihm gehört seit fast zehn Jahren eine Wohnung hier. Und er hat die Sanierung mitgemacht. Gerd Löbel, heute Rentner, früher Brauereidirektor. Herr Hans, grüße Gott. Schön, dass Sie Zeit haben. Kommen Sie bitte rein. Ja, gerne. Gerd Löbel kann aus eigenem Erleben Interessantes zur energetischen Sanierung und ihren Folgen erzählen. 2009 wurde bei ihm eine bereits vorhandene Außendämmung der Fassade noch einmal verstärkt. Neue Fenster gab es außerdem. 15.000 Euro hat der Spaß gekostet, allein für Ihre Wohnung. Was wurde Ihnen denn versprochen im Gegenzug für die Investition? Versprochen wurde uns, dass wir Energiekosten, also Heizungskosten sparen. Und das alles wird gemacht. Und die ganze Anlage wird wieder neu aussehen und wir werden Kosten sparen. Und dann wurde die Sanierung gemacht. Was war das Ergebnis? Sind diese Versprechungen eingetreten? Sind überhaupt nicht eingetreten. Das Gegenteil war der Fall. Kostenersparungen haben wir überhaupt keine gehabt. Im Gegenteil. Die Heizungskosten sind zum Teil nach oben gegangen. Sie zahlen jetzt also mehr Heizung- und Warmwasserkosten als vor der energetischen Sanierung? So ist es. Die Zahlen belegen es. Wir überprüfen die Abrechnungen der Wohnungsverwaltung. Und es stimmt. Zwar gibt es jährliche Schwankungen, je nach Wetter- und Energiepreis. Unterm Strich aber sinken die Heizkosten nicht. Die Investition für Dämmung und Fenster wird sich für Löbel wohl niemals rechnen. Die Verstärkung der Dämmung auf 14 Zentimeter war hier also völlig sinnlos. Wohnungen, die nach einer Sanierung ähnlich viel Heizenergie brauchen wie vorher. Kann das wirklich sein? Wir fragen nach bei Jens-Peter Fehrenberg, Architekt und Professor an der Hochschule in Hildesheim. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema energetische Sanierung. Und Fälle wie der von Gerd Löbel aus München überraschen ihn nicht. Wir kommen gerade von einem Fall, da wurde tüchtig die Außenhülle des Hauses gedämmt und der Energieeinspareffekt war fast null. Überrascht Sie das? Nein, das überrascht mich gar nicht. Das habe ich schon vor über zehn Jahren festgestellt, dass sich das so verhält. Für Wärmedämmstoffe gilt, je dicker der Dämmstoff, desto geringer ist der Zuwachs an Energieeinsparung. Ja, aber dass ich so gut wie keine Einsparung habe, das ist ja, wenn ich einen dicken Mantel anziehe, ist mir doch auch wärmer. Warum ist das da nicht so? Das hängt ein bisschen von der Außenwand ab und von der Speicherfähigkeit der Außenwand. Wenn eine Außenwand so dünn ist, wie ich das hier aufgebaut habe, dann ist es zu überlegen, ob ich tatsächlich Dämmstoff anbringe. Aber sobald die Wand dicker wird, ist der Zuwachs an Energieeinsparung uninteressant. Also dann reicht das Mauerwerk eigentlich, um eine ordentliche Dämmwirkung zu erzielen? Ja. Trotzdem, Dämmstoffe machen in Deutschland Karriere. Erst waren es für eine solche Bimtssteinwand sechs Zentimeter. Dann forderte der Gesetzgeber zehn Zentimeter Dicke. Seit 2009 braucht dieser Wandtyp schließlich 14 Zentimeter Standarddämmstoff. Klar ist jetzt schon, bald muss die Hausverpackung von allen Neubauten nochmals dicker werden. Nach Ansicht von Fehrenberg macht das gar keinen Sinn. Wenn wir da jetzt ausrechnen, dann sieht, den Dämmwert ausrechnen, dann sieht diese Kurve so aus. Das heißt, je dicker der Dämmstoff, desto geringer ist der Zuwachs. Als Beispiel, vier Zentimeter halbiert der Wärmeverlust. Und wenn ich jetzt wieder halbieren will, dann sehen Sie, wie viel mehr Dämmung ich aufbringen muss. Und wenn ich das nochmal reduzieren will, dann komme ich hier langsam ins Unendliche. Das heißt, hier unten ist kein Zuwachs mehr da. Und ist das dann noch wirtschaftlich? Kann das wirtschaftlich sein? Das kann nicht wirtschaftlich sein. Auch das kann man vorrechnen. Wir dämmen die Außenwände mit immer dickeren Styroporplatten. Bauen dichte Fenster in die Häuser, isolieren Dachböden. Nicht nur Professor Fehrenberg bezweifelt inzwischen den Sinn des Ganzen. Im Internet stoßen wir auf eine Studie der Universität Cambridge. Dort haben Wissenschaftler untersucht, wie hoch die Einsparpotenziale durch die energetische Sanierung sind. Was wir da lesen, klingt mehr als spannend. Wir machen uns auf den Weg an die englische Elite-Universität. Hier an der Fakultät für Architektur haben sich Forscher mit der deutschen Energiesparpolitik auseinandergesetzt. Und die Daten von rund 3400 Gebäuden in Deutschland untersucht. Kann man mit Dämmung und Sanierung wirklich so viel Energie und CO2 einsparen, wie die Deutschen behaupten? Minna Sunika-Blank glaubt, einen Fehler in den deutschen Berechnungen gefunden zu haben. Sie nennt ihn den Prebound-Effekt. Der Prebound-Effekt handelt von der Kluft zwischen dem theoretisch berechneten Energieverbrauch und dem tatsächlichen Energieverbrauch in Häusern. Da gibt es einen Unterschied? Absolut. Im Durchschnitt gibt es 30% Unterschied zwischen dem berechneten und dem tatsächlichen Energieverbrauch. Außerdem haben wir herausgefunden, dass diese Kluft umso größer ist, je schlechter das Haus gedämmt ist. Das heißt, in schlecht gedämmten, unsanierten Häusern verbrauchen die Bewohner in der Praxis viel weniger Energie, als das laut Berechnung zu erwarten gewesen wäre. Was bedeuten diese Ergebnisse für die Energieeinsparung nach der Renovierung und für die CO2-Einsparung? Nun, sie können keine Energie sparen, die sie gar nicht verbrauchen. Für die Haushalte heißt das, dass die Amortisationszeiten viel länger sind als berechnet. Der Prebound-Effekt an einem realen Beispiel. Bei diesem Altbau aus den 60er Jahren liegt der theoretisch errechnete Energiebedarf bei 54.900 Kilowattstunden pro Jahr. Der tatsächliche, nur bei 44.250 Kilowattstunden im Jahr, eine Differenz von satten 24%. Die Energiebedarfsrechnungen sind also oft viel zu hoch. Auf ihrer Basis aber wird normalerweise das Einsparpotenzial einer Sanierung berechnet. Ist diese rechnerische Basis falsch, heißt das, für viele Hausbesitzer und Mieter lohnt sich eine Sanierung nicht. Wie aber kann es dazu kommen? Es gibt in Deutschland klare Regeln für die Berechnung des theoretischen Energiebedarfs von Häusern. Sie stehen in der DIN V 18599, ein Regelwerk, entwickelt am Deutschen Institut für Normung. Wir wollen wissen, wer konkret die DIN V 18599 verfasst hat. Fragen nach in Berlin. Das Institut antwortet ausweichend. Aus Datenschutzgründen könnten keine Namen oder Adressen bekannt gegeben werden. Eine unbefriedigende Antwort. Wir fahren nach Berlin. Erhalten kurzfristig einen Termin mit dem Geschäftsführer des zuständigen Normenausschusses. Wer also, fragen wir ihn, macht die Rechenregeln, die so entscheidend sind für die Rentabilität von energetischen Sanierungen? Ich kann Ihnen sagen, es sind Vertreter der Baustoffindustrie vertreten. Es sind Vertreter der Dämmstoffindustrie vertreten. Es sind Vertreter der Bauaufsicht vertreten. Also wir haben sozusagen da alle interessierten Kreise mit an Bord und im Boot. Aber bei Ihnen ist es nicht üblich, dass Sie konkret sagen, wer das denn nun konkret ist? Richtig, das publizieren wir soweit nicht. Wir sorgen dafür, dass alle interessierten Kreise vertreten sind. Aber wir benennen die natürlich aus. In den interessierten Kreisen sind also neben Wissenschaftlern und Beamten vor allem diejenigen vertreten, die mit immer härteren Dämmvorschriften ihr Geschäft machen. Eine Interessenvertretung mit Folgen, meint Professor Harald Simons, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Leipzig. Es ist tatsächlich sehr teuer, energetisch zu sanieren. Und vor allen Dingen ist es in den letzten Jahren immer teurer geworden. Wir haben also erhebliche Preissprünge gehabt bei allem, was irgendwie mit energetischer Sanierung zu tun hat. Viel stärker, als wir die normale Inflationsrate haben. Wir haben einen spezifischen Preisaufschlag bei allem, was mit energetischer Sanierung zu tun hat. Warum ist das so? Die Nachfrage ist gestiegen, das ist das eine. Wir haben Förderung hineingesteckt. Und dann werden natürlich die Anbieter, alle, die in dieser Wertschöpfungskette dabei sind, von Handwerkern bis zu Baumaterialherstellern, naja, die reagieren dann natürlich darauf und erhöhen natürlich schön die Preise. Und ja, also so ein bisschen Geldschneiderei ist da sicherlich überall auch dabei. Geldschneiderei, ein hartes Wort. Klar ist, die Politik fördert die energetische Sanierung von Häusern wie diesem mit viel Geld. Und viele möchten davon was abhaben. Handwerker und Energieberater zum Beispiel. Wir haben dieses Haus in Köln angemietet und wollen testen. Wie gut sind energetische Sanierungsberatungen von Handwerkern? Was empfehlen sie uns? Denken sie nur ans eigene Geschäft oder auch an den Geldbeutel ihrer Kunden? Das Haus Baujahr 67, fast im Originalzustand. Nur die Heizung wurde in den 90ern mal ausgetauscht. Unser Experte Raimund Steven, Architekt und Sachverständiger im Bauwesen. Bevor die Berater kommen, soll er für uns zunächst den Altbau begutachten. Völlig unsaniert, also eigentlich Originalzustand. Ja und hier kommen wir gleich an den ersten Punkt. Es geht auch erstmal mit dem Fensterrahmen schon los. Das Fensterrahmen ist aus Beton, das nennen wir heute in der Fachsprache Wärmebrücke. Da fließt die Wärme umso heftiger ab. Und dann ist da zwar eine Wärme, eine Isolierverglasung drin, aber die dürften wir aus dem Baujahr noch nennen. Die ist auch 67. 67 mit entsprechenden Werten? Genau. Wir machen mit Stevens zunächst eine Begehung des Hauses. Schon auf den ersten Blick findet er jede Menge Problemstellen, die eine sinnvolle und wirtschaftliche Sanierung des Hauses erschweren. Ah ja, jetzt haben Sie es im Wesentlichen gesehen. Was sagen Sie? Also im Haus gibt es unendlich viel Wärmebrücken, die unendlich viel Zusatzbedarf an Arbeit erfordern. Entweder sie abzureißen oder sie so hinzukriegen, dass sie keine Wärmebrücke mehr sind. Das ist natürlich sehr aufwendig. In der Tendenz ist es schon heikel, solche Gebäude wirtschaftlich für die Zukunft viel zu machen. Wenn man das richtig machen will, dann ist das schwierig und kompliziert und auch teuer. Einfache Lösungen, Fehlanzeige. Steffen erstellt jetzt gemeinsam mit einem staatlich anerkannten Energieberater ein genaues Energieprofil des Hauses. Nur so lässt sich nach seiner Meinung eine sinnvolle Sanierungsstrategie ermitteln. Und genau so müsse jeder Berater arbeiten. Aber tun sie das auch? Genau das wollen wir prüfen und machen Termine mit fünf Fachleuten, die wir im Telefonbuch unter Energieberatung gefunden haben. Eine Woche später wollen sie zu uns kommen. In der Zwischenzeit machen wir einen Abstecher nach Berlin. Denn über den Dächern der Stadt tut sich Seltsames, seit es Wärmedämmungen an Hausfassaden gibt. Es ist keine neue Trendsportart. Hier macht sich ein Handwerker an seiner Arbeit. Der Fassadenkletterer repariert Löcher in gedämmten Hauswänden. Die Übeltäter waren Spechte. Holm Draber ist der Chef des Kletterers. Er nennt sich selbst Fassadendoktor und ist in Sachen Specht nicht zum ersten Mal unterwegs. Ist das ein absoluter Einzelfall oder kommt Ihnen das öfter vor? Nein, das ist kein Einzelfall. Wir machen das seit drei Jahren jetzt so. Und wo wir angefangen haben vor drei Jahren, waren es so circa 200, 300 Löcher. Und jetzt zählen wir es nicht mehr genau, aber ich würde mal so sagen, im letzten Jahr haben wir um die tausend Löcher hier in Berlin geschlossen. Und was kostet jetzt so die Beseitigung von so einem Loch? Naja, es ist eben von abhängig wie der Aufwand ist. Kommt man dort mit einer Leiter ran oder muss man wie hier eben mit Seilkleiter ran arbeiten, da kann man schnell, 300, 400 Euro sind dort schnell weg. Drei bis 400 Euro zum Flicken eines Spechtlochs. Der Aufwand muss sein, denn in ungestopfte Löcher dringt Wasser ein und das zerstört die Fassade. Aber warum picken die Problemspechte ausgerechnet hier so häufig und unermüdlich? Wenn die so ranklopfen, das klingt so hohl, so wie ein morscher Baum, da finden die meist irgendwelche Käfer. Dann schlagen die dort mehrere Löcher und merken, da ist nichts. Hauen erstmal wieder ab, aber sie kontrollieren ihre Löcher und merken dann, Mensch, in der Zwischenzeit sind wirklich irgendwelche Käfer drin, die dort irgendwo ihre Nester bauen. Und dann sagt sich der Specht, habe ich doch recht gehabt. Und dann kommt er halt wieder, der Specht. Für Peter Csarja von der Wohnungsgenossenschaft Berlin-Weißensee ist das inzwischen ein echtes Problem. Mehr als 3000 Wohnungen hat er im Bestand. Die meisten davon sind ausgestattet mit Außenwanddämmungen. Es kommt häufig dort vor, wo in der Nähe sehr viel Grün ist, insbesondere dort, wo Park oder Friedhöfe an unsere Objekte grenzen. Können Sie also die Kosten überschlagen, die Sie da haben durch den Specht? Sie haben ja eine Menge Wohnungen. Also es ist im vergangenen Jahr, hatten wir rund 20.000, 25.000 Euro, die wir insgesamt am Bestand nur für Spechtlöcher schließen, aufwenden mussten. Für die Fassadendoktoren sind die pickenden Vögel also ein gutes Geschäft. Und nicht das einzige mit den Wärmedämmverbundsystemen. Wir begleiten Holm Draber und seine Leute zu einem weiteren Problemfall in der gleichen Wohnsiedlung. Denn neben Spechten, die Löcher in Styropor hacken, kümmert er sich auch um Algen auf Außenwänden. Auch die sind Nebenwirkungen der schönen neuen Dämmwelt. So etwas gab es früher bei normalem Mauerwerk aus Ziegel, Kalk oder Bimsstein nicht. Man sieht hier auf der Dämmung hat sich inzwischen ein Algenwachstum gebildet. Und ja, es gibt eben verschiedene Varianten, dem Thema zu begegnen. Die eine wäre, die Fassade komplett zu kärchern, neu zu streichen. Dazu muss man nicht einrüsten. Wir bieten die eine Alternative an. Da wird eben ein Mittel aufgebracht, was über die Alge aufgenommen wird. Und bis in die Wurzelstruktur eindringt, die Alge stirbt ab. Und die Fassade reinigt sich dann in der näheren Zeit selber. Alternative wäre jetzt hier, neue Farbe aufzubringen. Was macht man denn da damit, dass das nicht so schnell wieder veralbt? Na ja, da werden eben Biozide eingebracht und nicht in hohen Dosen, weil das ja eine gewisse Langzeitwirkung haben soll. Sozusagen wird ein Depot angelegt. Also da wird Gift in die Farbe gemischt, damit die Algen kaputt gehen und das dauerhaft? Na ja, wenn man es so nennen will, Gift, also Biozid, was das eben unterbindet, dass dort erstmal Algen anhaften können. Algen auf der Fassade, Gifte auf der Fassade, Spechte in der Dämmung. Und Holm Draber erzählt uns außerdem noch von Schimmelschäden in manchen sanierten Wohnungen. Es gibt viele Probleme bei der energetischen Sanierung von Altbauten. Trotzdem wird sie weiterhin vorangetrieben. Der Gesetzgeber will es so. Termine mit vier Handwerkern und einem freien Energieberater haben wir gemacht. Wollen wissen, was sie uns für das angemietete Kölner Haus empfehlen. Wir haben ausdrücklich um energetische Sanierungsberatungen gebeten und drehen mit versteckten Kameras. Kandidat Nummer eins. Im Hauptberuf Heizungsbauer. Auch ihn haben wir im Telefonbuch unter Energieberatung gefunden. Nach exakt zwei Minuten und zwei Sekunden sein erster und wichtigster Ratschlag. Ich denke, das Wichtigste, nun gut, ich spreche jetzt als Heizungsbauer, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass ich das aus eigenem Interesse sage. Aber die günstigste Modernisierungsmaßnahme mit dem schnellsten Amortisierungseffekt ist die Heizungsanlage. Die Katze war schnell aus dem Sack. Eine neue Heizung muss her. Und das bleibt sein Credo. Wenn Sie jetzt erst mal nur an einer Heizungsanlage drangehen, das ist die bessere Variante. Dann reden wir von einem Brennwertgerät, einem 15-Kilowatt-Gerät mit Warmwasserbereitung. Dann reden wir selbst mit Gasanschluss von einem Invest von 10.000 Euro. Amortisierungszeit von so einem Gerät sollte irgendwo in einem Bereich von knapp zehn Jahren liegen. Wir zeigen die Bilder der Beratung und das Gedächtnisprotokoll des Gesprächs unserem Experten, dem Bausachverständigen Raimund Steven. Mich wundert, wie jemand eine Heizung, die jetzt 23 kW hat, wie er die auf 15 runterbringt, ohne irgendwelche Maßnahmen an der Höhle zu machen und nur die Heizung als erste wichtigste Maßnahme verkauft. Das ist Zauberei und hat mit seriöser Beratung gar nichts mehr zu tun. Die nächste Firma, ein Dachdecker, schickt uns gleich zwei Mann zur Beratung und die Herren kommen zu ganz anderen Schlussfolgerungen als der Heizungsbauer vorhin. Man kann's nach und nach machen und anfangen immer von oben. Nicht, weil ich Dachdecker bin, sondern weil's von der Sauberkeit her und von den Schritten her das Beste ist. Erst das Dach. Wenn das Dach fertig ist, kann man die Fassade und die Fenster angehen und die Heizung kann man parallel machen. Das sind so die wichtigsten Schritte. Rechnet sich das denn? Das amortisiert sich. Das lohnt sich. Auf jeden Fall. Wieder zeigen wir die Bilder Raimund Steffen. Sein Urteil? Ein Dachdecker. Man hat's irgendwie gemerkt, oder? Ganz schnell. Denn die erste große Maßnahme, wir müssen das Dach machen, ohne einmal durchs Haus gelaufen zu sein. War das stimmig jetzt letzten Endes, abgesehen davon, dass er uns ein Dach natürlich verkaufen wollte? Er hat keine Bestandsaufnahme gemacht. Er hat sich das ein bisschen angeschaut, hat das Phänomen verstanden, aber eine Bestandsaufnahme war das leider nicht. Der nächste Herr nennt sich freier Energieberater. Zu verkaufen hat er nichts. Eine Dreiviertelstunde lang läuft er mit uns durchs Haus. Guckt sich dies an und jenes. Redet über Gas, Brennwert und Pelletheizungen, über Solarthermie und Photovoltaik, über Wärmedämmung allgemein und über Dachdämmung im Speziellen. Seine Schlussfolgerungen für unser Haus? Ich sag mal die Richtung. Einpacken, Heizung, Warmwasserbereitung, Fenster. Und ja, wenn man's genau wissen will, muss man dann Bauteil für Bauteil durchrechnen. Ja, das ist etwas, was ich nicht so gerne mache. Da gibt's Leute, die machen das den ganzen Tag. Die können das schneller als ich. 100 Euro will der Energieberater für diese Aussagen haben. Gut angelegtes Geld? Der hat die ganze Bandbreite angesprochen. Er hat relativ locker über die einzelnen Elemente gesprochen. Aber er hat zu wenig eigentlich die Bestandsaufnahme gemacht. Er ist zu wenig individuell auf die Situation eingegangen und hat so Allgemeinplätze formuliert, was normalerweise sinnvoll ist. Aber immerhin, er war der Erste, der uns nichts verkaufen wollte, weil er nichts zu verkaufen hatte. Wenn das schon als positiv zu werten ist, dann ist das hervorragend. Zwei weitere energetische Sanierungsberatungen absolvieren wir noch. Am Gesamtbild aber ändern auch sie nicht wirklich etwas. Unser Eindruck? Es geht den Beratern zuallererst ums Verkaufen. Wann und ob wir langfristig wirklich Geld sparen, spielt kaum eine Rolle. Was ist Ihre Quintessenz? Wie gut waren Sie? Die faszinierende Bandbreite mit der klaren Beurteilung durchgefallen. Also hier sind ja noch nicht mehr die Grundlagen erarbeitet worden. Hier ist nichts über Kältebrücken, Wärmebrücken ausgearbeitet worden. Hier ist keine Analyse des Wandbaustoffes, keine Analyse des Estrichaufbaus. Das wurde alles viel zu locker und viel zu schnell in den Raum geworfen, ohne jegliche Berechnungen durchgeführt zu haben. Laut Gutachter also kein gutes Ergebnis. Was sagen die Handwerker dazu? Wir besuchen einen der getesteten Heizungsbauer. Hallo, guten Tag. Wir haben uns in der letzten Woche kennengelernt bei einer Energieberatung. Wir haben die Gesprächsprotokolle von einem Sachverständigen überprüfen lassen. Er meinte, das sei eine reine Verkaufsveranstaltung gewesen. Wie sehen Sie das? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich sehe das in dem Sinne, dass ich das Ganze aus heizungstechnischer Sicht betrachte. Zur Fassadendämmung kann ich Ihnen nichts sagen. Da müssen Sie dann die entsprechenden Fachleute hinzuziehen. Genau das aber hatte er nicht gesagt. Auch bei den Dachdeckern fragen wir nach. Sie finden vor allem unseren Test unverschämt. Ihre Beratung hingegen sei einwandfrei gewesen. Das meint auch der freie Energieberater. Seine Aufgabe sei es, einen Beratungsdialog anzustoßen. Und genau das habe er gemacht. Unser Fazit? Nicht jeder, der Beratungen anbietet, liefert Qualität. Mancher Handwerker von nebenan hat auch sein Geschäft im Blick. Wer sein Haus sanieren will, sollte auf staatlich anerkannte Energieberater zurückgreifen. Wir haben Fragen an den zuständigen Minister, Bundesbauminister Peter Ramsauer. Staatliche Zuschüsse, zinsverbilligte Kredite, privates Eigenkapital. 12,5 Milliarden Euro investieren wir für den Klimaschutz in und an Gebäuden, Jahr für Jahr. Was ist eigentlich nach Meinung des Ministers der Nutzen des Ganzen? Wir rechnen gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich, gesamtökologisch. Und bei insgesamt steigenden Energiepreisen wird sich das definitiv rechnen. Insgesamt verfolgen wir eine Politik weg vom Öl. Und je weniger in Gebäuden an Heizenergie verbraucht wird, desto besser ist es. Es gibt aber Studien, die sagen, dass es volkswirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll sei, dass die Investitionen, die Ersparnisse übersteigen und auch, dass es betriebswirtschaftlich nicht immer Sinn macht. Wie sehen Sie das? Ich kenne diese Rechnungen auch, aber wenn jemand etwas totrechnen will, dann ist er auch davon nicht abzuhalten. Nein, davon wollen wir uns vom Minister wirklich nicht abhalten lassen. Wir rechnen nach. Und zwar mithilfe einer aktuellen Studie des Forschungsinstituts Prognos über den wirtschaftlichen Nutzen der energetischen Sanierung. Ein bisschen kompliziert das Ganze, aber hochspannend. Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich demnach bis 2050 auf 507 Milliarden Euro. Die eingesparten Energiekosten werden aber nur mit 361 Milliarden Euro berechnet. Unterm Strich bleibt also ein dickes Minus von 146 Milliarden Euro. Dann aber gibt es in der Rechnung noch einen weiteren Posten, die sogenannten Ohnehin-Kosten. Das ist Geld, das bei fälligen Sanierungsmaßnahmen angeblich ohnehin ausgegeben würde. Satte 270 Milliarden Euro sind das. Und die werden flugs von den Gesamtkosten abgezogen. So machen die Ohnehin-Kosten aus einem volkswirtschaftlichen Minus ein schönes Plus von 124 Milliarden Euro. Ein Beispiel. Bei einer Fassadendämmung können das Gerüst, der Putz und die Farbe unter Ohnehin-Kosten fallen. Nur der Dämmstoff und seine Verklebung belasten so die Rechnung der energetischen Sanierung. Ein kleiner, aber effektiver Rechentrick. Dass sich in Wahrheit nicht jede energetische Vollsanierung lohnt, das sehen inzwischen wohl auch die heftigsten Befürworter der energetischen Sanierung. Die Deutsche Energieagentur, kurz DENA zum Beispiel. Die Totalsanierung des Gebäudebestandes war das Ziel. Jetzt scheint man langsam umzudenken. Energetische Gebäudesanierung macht Sinn, wenn man es im normalen Sanierungszyklus umsetzt und nicht immer nur einen Anspruch hat, Komplettsanierungen zu machen, sondern eben je nach Investitionssituation die möglichst effizienteste Variante wählt. Dann macht energetische Gebäudesanierung Sinn. Weg von der Maximalsanierung hin zu individuellen Teillösungen. In England sieht man diesen neuen Trend zum Pragmatismus durchaus positiv. Und gibt der deutschen Politik gleich noch einen guten Rat mit auf den Sanierungsweg. Was wir vorschlagen, ist eine Lockerung der Vorschriften in dem Sinne, dass auch kleinere Sanierungen möglich sind. Es wäre doch sinnvoll, dass man zum Beispiel bei Außenbanddämmungen mit 8 cm arbeitet, ohne gleich 15 oder 20 cm zu verlangen. Das sollte unterstützt werden. Ich denke, dass damit die jährliche Sanierungsrate ansteigen würde. Der Vorschlag also? Deutsche, macht euch locker. Eine Sanierung mit Augenmaß statt mit Maximallösungen wäre einfacher und billiger. Und weil die Investitionskosten für die Umbauten dann sinken, könnten wohl auch viel mehr Häuser saniert werden als heute. Das wäre gut. Gut für das Erreichen der deutschen Einsparziele, gut für die Umwelt und gut für die Geldbeutel von Hausbesitzern und Mietern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017